Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 2. Februar. Mit Verspätung, es sieht gut aus für den Oculus Campus. Der Kanzler kommt, was will Scholz bei Biontech? Studie zur Reaktivierung der Solmsbachtalbahn kostet 50.000 Euro. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Der Ortsbeirat Münchholzhausen ist dagegen. Doch für die Mehrheit der Fraktionen im Stadtparlament reicht das nicht. Sie wollen die Bauleitplanung für den Oculus Campus starten. Hermann Schaus bleibt dabei, der Oculus Campus passt nicht nach Münchholzhausen. Jedenfalls nicht an diese Stelle direkt neben der Wohnbebauung und schon gar nicht, wenn auch das Gewerbegebiet Nord realisiert werden soll. Das sei einfach viel zu viel Gewerbefläche für einen Stadtteil. Jedoch, die Gegenstimme des linken Stadtverordneten wird, wie jene des Ortsbeirats, nichts ausrichten. Denn eine große Mehrheit im Parlament will nun endlich in die Planungen für den Campus starten. Um es mit Ulrike Göttlicher-Göbel von der SPD zu sagen, jetzt gehört Butter bei die Fische. Man habe lange, mehrmals und immer wieder über das Projekt diskutiert, sagte Göttlicher-Göbel im Ausschuss. Mit der geänderten Beschlussvorlage sei man nun einverstanden. Erstens ist die Höhe des Vorhabens drastisch reduziert worden. Zweitens drehen wir uns im Kreis. Und drittens muss jetzt der weitere Planungsschritt erfolgen, damit die Bedenken aus der Anwohnerschaft und aus unseren Reihen abgearbeitet werden. Wenn am heutigen Donnerstag Bundeskanzler Olaf Scholz das Biontech-Werk in Marburg besucht, dann ist das bereits die zweite Visite eines deutschen Regierungsoberhauptes in der wichtigsten Produktionsstätte des Mainzer Unternehmens. Denn vor knapp anderthalb Jahren war bereits die damalige Kanzlerin Angela Merkel zu Gast. Offiziell geht es bei Scholz' Besuch im Werk um eine neue Produktionsanlage für sogenannte Plasmid-DNA. Laut Biontech ist das ein wichtiges Ausgangsmaterial für die Herstellung von mRNA-basierten Impfstoffen und Therapien, mit denen Biontech in Zukunft vor allem Krebs zu Leibe rücken will. Doch es dürften noch andere, brisante Themen angesprochen werden. Ein Thema dürfte die Frage sein, ob die Bedingungen in Deutschland für Biontech gut genug sind, um hier und nicht anderswo in der Welt zu forschen. Darüber wird derzeit heiß diskutiert. Vor ein paar Tagen erweckte die Bild-Zeitung in einer Falschmeldung den Eindruck, dass Biontech seine Forschung von Mainz komplett nach Großbritannien verlagern will. Noch Anfang dieses Jahres soll ein weiteres Gutachten, eine Machbarkeitsstudie, zur Reaktivierung der Solmsbachtalbahn in Auftrag gegeben werden. Das hat der Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Landilweil, VLDW, Dirk Plathe, in der Sitzung des Kreistagsumweltausschusses berichtet. Auftraggeber seien der VLDW sowie der Rhein-Main-Verkehrsbund, RMV. Der VLDW ist die lokale Nahverkehrsgesellschaft der Landkreise Landil und Limburg-Weilburg. Plathe bezifferte die Kosten der Studie in einer Größenordnung von 25.000 Euro bei uns und weiteren 25.000 Euro für den RMV. Offen sei noch, ob das Land Hessen einen Zuschuss zahle. Die Solmsbachtalbahn wurde Mitte der 1980er Jahre stillgelegt. Sie führte einst auf 17 Kilometern von Alpshausen bis Brandoberndorf. Sie war die Verbindung zwischen der Taunusbahn, die auch heute noch von Brandoberndorf weiter nach Bad Homburg führt und der Landteilbahn zwischen Wetzlar und Limburg. Die Kreisregierung solle eine mögliche Reaktivierung der Solmsbachtalbahn erneut aufgreifen und in Zusammenarbeit mit dem RMV prüfen, ob die Strecke komplett oder in Teilen reaktiviert werden könne. Abgeschaltet ist das Atomkraftwerk Biblis bereits seit knapp zwölf Jahren. Heute soll der Rückbau sichtbar weitergehen. Der erste von vier Kühltürmen des AKW wird kontrolliert zum Einsturz gebracht. Alexander Scholl, Sprecher der RWE Nuclear GmbH, erklärt, die Betonstruktur des rund 80 Meter hohen entkernten Turms wird gezielt geschwächt. Dafür werden Schlitze in den Beton gearbeitet. Am Ende soll durch die Entfernung von Stützen im unteren Bereich des Turms und unter Zuhilfenahme von Baggern das Bauwerk zwischen 10.30 Uhr und 13.00 Uhr zum Einsturz gebracht werden. Der Abriss des zweiten Kühlturms von Block A wird nach Ankündigung von RWE voraussichtlich in der 2. Februarhälfte erfolgen. Die Kühltürme von Block B folgen nach der zeitigen Planungstand ab 2024, das umstrittene Atomkraftwerk, das fast 50 Jahre das Landschaftsbild im südhessischen Ried geprägt hat, wäre dann Geschichte. Scholl kündigt an, bis 2032 wollen wir mit dem Rückbau des AKW-Biblis fertig sein. Nun ein Blick auf den Krieg in der Ukraine. EU-Streitkräfte sollen weitere ukrainische Soldaten ausbilden. Die Anzahl soll jetzt auf 30.000 steigen, vorher war es die Hälfte. Das teilten mehrere EU-Beamte in Brüssel mit. Der Start der Ausbildungsmission der EU war im November von den Außenministern der Mitgliedstaaten beschlossen worden. Die Soldaten sollten in Deutschland, Polen und anderen EU-Ländern ausgebildet werden. Die Bundeswehr bietet im Rahmen der EU-Mission unter anderem eine Gefechtsausbildung für Kompanien sowie Taktikübungen für einen Brigadestab und die untergeordneten Bataillonstäbe an. Zudem beinhaltet das deutsche Angebot ein Training für Trainer, Sanitätsausbildungen und Waffensystemschulungen. Insgesamt wollte Deutschland nach ursprünglichen Planungen in den ersten Monaten eine Brigade mit bis zu 5000 ukrainischen Soldaten trainieren. Die Zahl sollte auch davon abhängig sein, wie viele Soldaten das ukrainische Verteidigungsministerium angesichts des anhaltenden Krieges zur Ausbildung schicken kann. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.mittelhessen.de Gude Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echoonline und mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de Verdenas sich zurück oder? Verdenas sich zurück. Äh,3ber-÷ber. Meine Infos zu hier! Wir müssen換en, tons der VAM!